hallo leute ich zeige euch heute wie ihr in eurem unify controller eine neue zone anlegen könnt und wir zum beispiel einzelne apps switche oder gateways verschieben könnt damit die andere konfiguration bekommen zunächst gehen wir auf unseren browser in dem fall der safari ich habe hier schon mal die webseite geöffnet müsst in dem fall einfach die interne ip-adresse von controller eingeben und dann ganz normal anmelden mit den zugangsdaten die angelegt habt dann haben wir hier die einstellung ich habe in meinem fall schon verschiedene zonen angelegt in meinem fall habe ich einmal die importzone weil ich habe einen externen externe unify controller da kommen dann alle rein wenn ich den wenn ich einen speziellen befehl eingeben und habe dann einzelne zonen für die einzelnen standorte eingetragen zunächst gehen wir einmal drauf und dann sehen wir hier verschiedene sachen haben wir hier die verschiedenen zonen ich kann euch das jetzt einmal zeigen indem wir einfach mal kurz testweise neue zone anlegen wir nennen die einfach test 1 können wir auf speichern gehen jetzt sieht man schon jetzt aber den automatisch hier oben ausgewählt und wenn wir hier jetzt auch nachschauen es sind geräte nichts endgeräte genauso wenig und wir können hier einmal auf einstellung gehen dann können uns das kurz anschauen hier wurde nämlich einmal was kommt die komplette konflikt einmal blank angelegt wichtig ist dass wenn ihr neue ton anlegt die standardmäßig auf united states stehen damit die aber rechtskonform ist bezüglich der frequenzbänder die deutschland nur erlaubt sind müssen wir einmal ganz normal germany auswählen und dann natürlich hier die zeitzone auch von uns einmal kurz schauen wir müssen gleich berlin stehen perfekt und einmal auf übernehmen genau verschiedene andere funktionen kann ich in einem anderen video nochmal besprechen genau in dem fall wäre jetzt einmal alles wäre wir würden hier zum beispiel die drahtlos netzwerke anlegen hier zum beispiel test 1 wenn auf speichern gehen und dann hätten wir zum testen ein offenes wlan netzwerk genau jetzt noch der zweite schritt und zwar ein wlan gerät aus einer anderen gruppe rüberschieben in meinem fall wird es dann immer so sein dass in der importzone die kompletten apes reinkommen dann werden sie erstmal geupgradet auf die aktuellste firmware und danach verschiebe ich die an die jeweiligen standorte damit die dann auch die richtige ssid und ähnliches haben das kann ich euch einmal zeigen wir gehen hier einmal testweise auf home dann sieht man ja erstes ok und theoretisch könnten wir jetzt auf einstellen geht konfiguration und gehen hier auf geräte verwalten da gibt es hier mehrere möglichkeiten und das was wir benutzen ist dieses gerät entfernen anstatt es zu entfernen würden wir es dann verschieben als beispiel die importzone test 1 wie immer dann würde er noch mal eine abfrage stellen das können wir hier einmal ausprobieren wir machen einfach mal kurz in test 1 und dann fragte hier noch mal ob wir es verschieben wollen in meinem fall möchte ich das netz sonst ist man wedern auf einmal tot genau das wären jetzt so die zwei schritte gewesen bei fragen und die kommentare und für den laumen hoch würde ich mich auch freuen dankeschön bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal